Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute seht, geht es heute mal um das Land Island. Wir werden uns heute mit der Politik und auch mit der Wirtschaft von Island genauer beschäftigen. Also, falls dich für das heutige Video interessiert, bleibt doch gerne bis zum Ende dran und dann würde ich sagen, stellen wir doch mal direkt rein ins heutige Video. Zunächst einmal kommen wir zu den Hauptfakten von Island. Wir sehen hier schon auf der Karte, wo liegt Island. Island liegt so gerade noch in Europa, würde ich sagen, und zwar im Nordwesten von Europa und ist ein Inselstadt, der nördlich noch von England liegt. Die Sprache auf Island ist isländisch, die Hauptstadt ist Reykjavik, die Staatsform ist eine parlamentarische Republik, die Währung ist die isländische Krone, Fläche besitzt Island circa 103.000 Quadratkilometer und Einwohner 376.000. Das BIP-Total lag 2021 bei circa 22 Milliarden US-Dollar. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zur Politik von Island. Zunächst einmal zum politischen System. Island ist seit 1944 unabhängig, die Legislative bildet das Parlament Althing, welches über 63 Abgeordnete verfügt. Die Exekutive ist der Präsident in dem Fall, wobei der Premierminister die Regierungsführung übernimmt. Also wir haben hier den Präsidenten, der eben als Staatsoberhaupt fungiert, aber der Premierminister übernimmt die Regierungsführung, somit ist das Ganze getrennt, nicht so wie bei anderen Ländern. Und dann haben wir zum Schluss noch, damit die Gewaltenteilung auch komplett ist, mit Legislative, Exekutive und Judikative. Dann eben noch die Judikative. Diese wird angeführt von dem Verfassungsgericht in Island. Unter diesem gibt es aber dennoch diverse Bezirksgerichte. Dann gucken wir uns noch die Parteienlandschaft an, also die drei größten Parteien. 2021 zumindest nach den Wahlergebnissen. Dann haben wir erstmal die größte Partei, das ist die Unabhängigkeitspartei mit 24,4 Prozent. Dort kann man sagen, dass die Ausrichtung eher liberal-konservativ ist. Dann die zweitgrößte Partei war die Fortschrittspartei mit 17,3 Prozent. Hier kann man sagen, dass die Ausrichtung eher Mitte ist und eine spezielle Eigenschaft nochmal zur Partei ist, dass sie vor allem EU-Skeptisch ist, also gegen einen EU-Eintritt. Und dann noch die drittgrößte Partei ist die links-grüne Bewegung mit 12,6 Prozent. Diese hat eher die Ausrichtung Ökosozialismus. Somit können wir uns jetzt unter den einzelnen Parteien ein bisschen was vorstellen und dementsprechend auch vorstellen, wie die meisten Isländer zumindest politisch eingestellt sind. Kommen wir nochmal zu weiteren Punkten der Politik von Island und da ist die Außenpolitik natürlich sehr, sehr wichtig. Island ist Mitglied in diversen internationalen Organisationen, unter anderem der UN, der NATO, der WTO und vielen weiteren Organisationen. Seit 1951 übernimmt die Verteidigung von Island die USA. Also dort gibt es ein Verteidigungsabkommen, das eben die USA verpflichtet, Island in einem Verteidigungsfall zu unterstützen. Dennoch ist Island ja auch in der NATO und dementsprechend wären sie eh dazu verpflichtet, Island in einem Verteidigungsfall zu helfen. Aber dennoch ist in dem Verteidigungsabkommen noch festgehalten, dass die USA zu diversen anderen Aktionen verpflichtet ist, wie beispielsweise die Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich das Militär übernehmen würde von Island. Außerdem ist die Außenpolitik natürlich auf den Westen ausgerichtet, das sieht man aber auch daran, dass sie eben zum Beispiel Mitglied der NATO sind. Kommen wir dann zum Militär bzw. zur Sicherheit. Wie gerade eben schon angesprochen, Island besitzt de facto kein eigenes Militär. Im Ernstfall erhält Island Unterstützung von den USA und auch den anderen NATO-Ländern. Es gibt lediglich in Island einen Küstenschutz. Der verfügt aktuell um 120 Mann. Da könnte man von einer paramilitärischen Struktur reden, aber dennoch eben de facto kein eigenes Militär. Dann kommen wir noch zur Wirtschaft von Island. Zunächst einmal die Wirtschaftsstruktur 2020. Hier haben wir also einmal den primären Sektor, den sekundären Sektor und den tertiären Sektor. Primärer Sektor ist hier der Landwirtschaftssektor, sekundärer Sektor der Industriesektor und tertiäre Sektor der Dienstleistungssektor. Dort sehen wir, okay, 4,3% ist verhältnismäßig relativ viel für ein Industrieland, für den primären Sektor. Aber man sieht auch, der tertiäre Sektor mit 66% ist schon relativ hochgewichtet. Also kann man die Wirtschaftsstruktur so zwischen Schwellenland und Industrieland einordnen. Dann kommen wir zu den Hauptexportgütern. Hier muss man sagen, dass Aluminium das meisexportierte Gut ist im Prinzip in Island mit 39%, dann Meeresfrüchte mit 28,2% und dann weit abgeschlagen Eisen und Stahl mit 3,5%. Aber insgesamt halt eben Aluminium und Meeresfrüchte machen fast 80% der Exporte aus. Dann die Hauptimportgüter, insgesamt 11,1% Elektronik wird importiert, Maschinen 11% und Fahrzeuge 10,1%. Dann kommen wir auch nochmal zum interessanten Punkt zur Wirtschaft in Island und zwar die Wirtschaftskrise 2007. Island war speziell Anfang des 21. Jahrhunderts, auch nochmal speziell nach der Wirtschaftskrise 2007, in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Nach der Finanzkrise 2007 drohten die drei größten Banken nicht mehr zahlungsfähig zu sein in Island und dementsprechend hat dann Island im Prinzip diese Banken oder generell den Bankensektor eher besser gesagt verstaatlicht und zahlte zunächst die Schulden nicht zurück. Aus dem Grund natürlich, weil es verstaatlicht war und dann zum Staat gehört hat und der Staat eben die Schulden nicht zurückgezahlt hat, beziehungsweise auch nicht zurückzahlen konnte, war Island zu dem Zeitpunkt de facto zahlungsunfähig, beziehungsweise Insolvenz, da sie eben Forderungen nicht zahlen konnten. Das Ganze hat sich aber jetzt durch eine stabile Wirtschaft und auch eine stabile Wirtschaftspolitik, die sich immer weiter liberalisiert hat, immer besser entwickelt. Dementsprechend wurden auch zum Teil jetzt Schulden zurückgezahlt und die Wirtschaft konnte sich wieder positiv entwickeln. Dann kommen wir zum Schluss noch zum Außenhandel. Dort gucken wir uns speziell nochmal an, was sind denn die Haupt-Exportpartner und die Haupt-Importpartner. Also am meisten exportiert Island nach Holland mit 27,2%, dann Spanien mit 11,8% und Großbritannien mit 9,6%. Die Haupt-Importländer von Island sind einmal Norwegen mit 9,7%, China mit 8,9% und Deutschland mit 8,5%. Auch da sieht man wieder, Island konzentriert sich vor allen Dingen auf EU-Länder zum Teil, aber auch generell auf den Westen, hier jetzt mal mit der Ausnahme von China, aber ansonsten viele westliche Länder, beziehungsweise auch EU-Länder. Das war's dann mit dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Ansonsten sehen wir uns gerne in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!